OAAD.de, one of a day keeps the doctor away. Kommen die in die Abo-Preise entweder monatlich 19,99 oder Zugriff zum Premium-Übungsbereich für 150 Euro, um genau zu sein, 149,99. Bei 1.199 Gesamtbewertung eine Durchschnittssterne-Bewertung von 4,955 Sternen werde schmerzfrei und beweglich mit Schmerz-Spezialist Roland Liebscher-Bracht. Spezielle Übungsprogramme von Deutschlands bekanntesten Schmerz-Experten Roland Liebscher-Bracht in eine App. Ob Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Nackenschmerzen oder andere Beschwerden, mit dieser App kannst du dir beinahe zu jedem Schmerz mit einfachen Übungen helfen. Der Erfolg dieser Übungen aus dem Premium-Programm von Liebscher-Bracht spiegelt sich in den hunderten positiven Google-Bewertungen wider. Ich lese einfach gar nicht weiter vor. Wenn ihr die App runterladet, könnt ihr Übungsprogramme auswählen, ihr habt 4 neue Live-Trainings pro Woche, beziehungsweise ihr könnt Videos runterladen. Das Ganze aber nur, nein, die App ist sehr gut aufgebaut, aber das Ganze geht halt nur, wenn ihr ein Abo abschließt. Selbstverständlich verstehe ich, mit der App soll und muss und darf Geld verdient werden, das ist ganz klar. Aber vielleicht hat man ja nur Bedarf bei einem Video oder bei zweien. Dann wäre es natürlich irgendwie sehr schick, wenn es nicht nur die Abo-Preise geben würde, sondern wenn man eben auch vielleicht einzelne Videos oder 5 Videos zusammen oder wie auch immer mit einem In-App-Kauf freischalten könnte. Was natürlich auch möglich ist, ihr könnt die Liebscher- und Bracht-Videos auch teilweise jedenfalls bei YouTube sehen. Ich habe das schon mehrfach gegoogelt und mehrfach Übungen gefunden, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind, beziehungsweise bei TikTok, glaube ich, sind sie sogar auch zu finden. Also wirklich sehr hilfreich sind, deswegen war ich sehr begeistert eigentlich, dass es diese App gibt. Aber mit nur Abo-Preisen, beziehungsweise diesen 149,99 für den Premium-Übungsbereich, nee, nein, einfach nein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an. Info at oaad.de, facebook.com slash oneappattack, gplus.eu slash oneappattack oder eine Ad-Mention an twitter.com slash oneappattack.